Hallo, hallo, lasst alle hier rein, aber schaut euch dieses Thema an, wie ich schon sagte, schaut euch das Trinken aus dem Wasser an, es macht sehr, sehr viel Spaß, verschiedene Gefäße zu benutzen, also werden wir heute über Gesundheit und Licht sprechen, wir werden über die Arbeit von Dr. John Ott sprechen und ich werde über die Bücher sprechen und ich werde sie tatsächlich zeigen, Bücher heute auch, weil wir über einige interessante Dinge gesprochen haben, über die wir in diesen Büchern gesprochen haben und wir sprechen darüber, dass das UV-Spektrum der Sonne sehr heilsam ist und das wird uns normalerweise aufgrund unserer Google-Studien und dieser finanzierten Studien gesagt, das UV-Spektrum ist in all diesen Dingen tatsächlich schädlich und schädlich, aber was interessant ist, ist, dass Dr. John Ott in seinem Buch darüber spricht, dass die Kulturen, die der höchsten Menge an UV-Strahlen ausgesetzt sind, die gesündesten Kulturen der Welt sind, also wenn die UV-Spektren es wären, so giftig uns auch gesagt wurde, Warum die gesündesten Kulturen der stärksten UV-Strahlung ausgesetzt sind und die gesündesten der Welt sind, macht nicht viel Sinn, aber dieses Buch ist großartig, damit jeder es sich anschauen und die Leute fragen kann, ob sie Sonne kommentieren, ja, die Sonne zu betrachten, ist eine weitere Sache, die Menschen schon seit langem tun Wenn die Sonne aufgeht oder untergeht, sieht man all diese wunderschönen orange-roten und gelben Farbtöne, die sehr heilsam für die Augen sind und was ist das? Es fehlt das gesamte Spektrum, das ins Auge gelangen soll, sodass der Blick in die Sonne tatsächlich sehr wohltuend sein kann und Sie es Schritt für Schritt tun können Fangen Sie sehr langsam an, Sie wissen, dass Sie es vielleicht für etwa 10 Sekunden, 20 Sekunden und Sie tun können kann jeden Tag langsam zunehmen Und wie ich schon sagte, machen Sie das bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und diese wunderschönen Farbtöne dringen in die Augen ein und helfen, die Augen und auch die Zirbeldrüse zu heilen Weil sich dort viele Giftstoffe ansammeln, diese Zirbeldrüse und auch im Gehirn und der Blick in die Sonne gelangen in das Auge und bewerten, dass das Auge zu heilen beginnt Es war interessant, dass viele Leute heute unser aktuelles Video kommentiert haben, in dem wir über Brillen gesprochen haben und wie Brillen die UV-Strahlung blockieren Spektrum Dass Sie Sonnenbeobachtungen gemacht haben und Ihre Augengesundheit sich drastisch verbessert hat und Sie tatsächlich zum Augenarzt gegangen sind und Ihre Zahl ist während der Sonnenbeobachtung und auch während der Verwendung von Pearl und Pearl einfach magisch gesunken Wenn es um die Heilung geht Augen, das ist die Andere Sache Wenn wir die Augen nicht nähren, wenn wir sie nicht mit den richtigen Nährstoffen versorgen, kann der Körper nicht heilen, er beginnt einfach auseinander zu fallen Und wenn Sie an Brillen denken, die als Krücke dienen, sind Sie es nicht, wenn Sie die Grundursache Ihrer Ernährung oder Ihres Aufbaus Ihres Körpers verbessern oder angehen Setzen Sie einfach eine höhere Dosis ein und dann eine höhere Dosis und eine höhere Dosis Und während Sie diese Dosis immer weiter erhöhen, werden Ihre Augen Immer schwächer und schwächer mit der Zeit werden die Augen immer schwächer und es gibt so einfache Möglichkeiten, die Augen zu heilen Darüber können wir anhand eines sehr einfachen Beispiels sprechen, aber Sie können Dinge wie Augenübungen sehr, sehr einfach machen Sie können also Ihre Hand auf diese Art und Weise richtig positionieren vor dir und schau auf deinen Finger und du kannst anfangen, nach links zu schauen, nach rechts zu schauen, nach oben zu schauen, nach links oben zu schauen und Dann einen Kreis zu machen, während wir unsere Augen dazu bringen, in einem Kreis zu gehen, den wir tatsächlich verwenden Die Muskeln in den Augen sind der Grund, warum viele Menschen zum Beispiel ein träges Auge haben Das liegt daran, dass diese Muskeln um die Augen oder die Bindegewebsmuskulatur mit der Zeit schwach geworden sind und sie nicht mehr so häufig genutzt werden So dass das Auge träge wird, daher kommt der Begriff, aber wenn wir anfangen, auf unseren Finger zu starren und unsere Augen im Kreis zu bewegen, stärken wir diese Muskeln Denn denken Sie daran, wann immer Sie diese Bildschirme verwenden Wenn Sie sie betrachten auf diesem Bildschirm schauen deine Augen gerade gerade aus, sie schauen nicht Nach oben, sie schauen nicht nach unten, im Grunde schauen die Augen sich gerade direkt an Was also passiert, ist, wenn wir auf unseren Finger schauen und anfangen, es zu tun, bewegen sie unsere Augen im Kreis Dann trainieren wir die Augen und diese Muskeln, und wie die Leute sagen, es ist Yoga für die Augen Ja, wir stärken diese Muskeln, denn wenn sie nur daran denken, wenn sie nur hinschauen etwas in der Art jeden einzelnen Tag Ihre Fähigkeit, nach links und rechts zu schauen, wird sie nicht mehr nutzen können Diese natürlichen Fähigkeiten, die Sie kennen, werden ausgeschaltet, aber wenn wir anfangen, uns zu öffnen, dies alles nach oben Und wir fangen an, in jede einzelne Richtung zu schauen und halten es jetzt Sie werden es auch bemerken, wenn Sie dies zum Beispiel so halten, dass Ihr Auge nach unten links unten oder Ihr Auge nach unten rechts unten gerichtet ist Sie merken sogar eine gewisse Anspannung, fast so, als würden Sie anfangen, eine gewisse Anspannung in den Muskeln zu bemerken Und das liegt daran, dass diese Muskeln so stark geschwächt sind, dass es vielleicht etwas anstrengend sein könnte Wenn Sie zum ersten Mal mit Augenübungen beginnen, weil aufgrund der Tatsache, dass diese Muskeln nicht beansprucht wurden, können bereits 5-minütige Augenübungen Wunder bewirken Jetzt können Sie dies auch mit geschlossenen Augen tun, und da ich es mit geschlossenen Augen mache, ist es noch anspruchsvoller Denn die Augenlider jetzt über den Augenlidern liegen oben und jetzt die Augen Es ist noch schwieriger, sie nach links und rechts zu bewegen Daher können einfach ein paar Augenübungen wunderbar für die Augen sein Als nächstes können wir darüber reden, wie wir sagten, Perle, mit der man die Augen pflegen kann Einige Leute nehmen sogar Perlmut und Rezinosöl und verteilen es rund um die Augenlider, reiben es rund um ihre Augenlider und tragen es auf, bevor sie zu Bett gehen Das ist auch eine tolle Lösung Die andere Option ist auch die Suche nach einer Vollspektrumbrille oder Vollspektrumkontaktlinsen Und der Grund, warum Sie das Vollspektrum wünschen, ist, dass Sie möchten, dass die UV-Strahlung durch die Brille oder die von Ihnen verwendeten Kontaktlinsen dringen kann Wenn Ihre Brille oder Kontaktlinsen das UV-Spektrum blockieren, passiert das Auge beginnt auseinanderzufallen, weil es nicht das volle Spektrum abdeckt Also das gleiche mit diesen Fenstern, all unseren Fenstern, all unseren Autos Wenn Sie mit dem Auto fahren, denken Sie daran, wie schwierig es für Sie ist, den Grund zu erkennen, weil das Fenster im Auto das Fenster blockiert UV-Spektrum Also fängst du an zu schielen und kannst nicht sehen, und dann bekommst du eine Art Knirschen, weil das eigentliche Fenster oder die Windschutzscheibe, sollte ich sagen, das UV-Spektrum blockiert Deshalb sieht man dort viele Leute Die Jeeps haben sie nehmen die Frontscheibe ab, was tatsächlich sehr vorteilhaft für ihre Augen ist, da Sie das UV-Spektrum nicht blockiert, sodass das UV-Spektrum sehr, sehr heilsam ist, und das hat Dr. John Ott in seinem Buch gezeigt Und ich habe hier ein paar Anmerkungen dazu gemacht, ihr könnt es sehen Ich zeige euch kleine Dinge mit dem Spektrum und es ist sehr faszinierend, was er in seinem Buch gezeigt hat Aber er hat gezeigt, wie das Ultraviolett, wenn ihr das alles sehen könnt Also das Ultraviolett genau hier ist und wie sehr das Ultraviolett tatsächlich ist nützlich und sehr heilsam Für unseren Körper und unseren Geist, und das Ultraviolett halten sie für gefährlich und giftig Aber Dr. das Einzige, was dem nahe kommt, ist entweder Ultraviolettes Licht, was interessant ist, Ultraviolettes Glühlicht, das sehr heilsam ist Ultraviolettes LED-LED-Licht ist tatsächlich ziemlich giftig, weil der Körper es nicht erkennen kann Wenn es also um Glühlampen geht, sehen Sie hier das Glühlampenspektrum mit dem LED-Spektrum Warum liegt es jetzt auch sehr nahe am Ultraviolett, weil es digitales Licht ist, also künstliches Licht Ich weiß nicht einmal, in welchem Spektrum es sich hier befindet, weil wir keine Langzeitstudien zu LEDs haben Also wissen Sie es, wenn Sie sich darauf einlassen Dieses Thema ist sehr interessant, wenn man sich die Spektren des Lichts und all diese damit zusammenhängenden Dinge anschaut Denen wir einfach keine Aufmerksamkeit schenken, denn wie ich bereits bei den Vorteilen der Sonne gesprochen habe Wurde der Sonne nur gesagt, sie sei giftig als die Menschen in den 1960er und 1970er Jahren Noch sehr gesund waren, als die Menschen am gesündesten waren und all diese Dinge trainierten Sieht man all diese Videos aus den 1960er Jahren mit Lloyd Fitnessstudio am Strand Die Leute sehen toll aus, sie sehen gesund aus, sie sehen lebendig aus Plötzlich wurde die Sonne ungefähr zu dieser Zeit gefährlich und dann wurde Sonnenschutzmittel, das aus Erdöl und verschiedenen Arten von Giftstoffen hergestellt wird Propagiert, um das UV-Spektrum zu blockieren Sie nehmen ein Produkt auf Erdölbasis, das sie auf den ganzen Körper auftragen Um das zu blockieren, die heilenden Spektren der Sonne wurden in den 1960er und 70er Jahren vorangetrieben, weil die Menschen sehr gesund waren Man kann nicht viele gesunde Menschen haben, die schwer zu kontrollieren sind Aber es ist interessant, weil er in Dr. Chan-Ods Buch so viele Studien hatte In den 70er und 80er Jahren werden alle Vorteile des Lichts gezeigt und wie wohltuend das UV-Spektrum für die Augen ist Außerdem gab es in diesem Buch ein paar Teile Und ich werde versuchen, euch hier ein paar verschiedene Dinge zu zeigen Aber es gibt einfach so viel Wenn man sich das Lichtspektrum anschaut Hat er sogar darüber gesprochen, dass es ein Sherman Hotel in Chicago gab, wo es im Restaurant ultraviolettes Licht gab Und er bemerkte, dass das gesamte Personal sehr produktiv war und nie krank wurde Und wann sie gingen Dr. John Ott erkannte, dass es im Restaurant UV-Licht gab, wenn die Leute aßen und arbeiteten Und als sie bemerkten, dass diese Leute, wenn sie all dieser schönen UV-Strahlung ausgesetzt waren Sehr stark waren, sehr lebendig waren und nicht krank wurden Hatten keine gesundheitlichen Beschwerden Und hier steht, dass keiner von ihnen eine Brille trug Was in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich ist Und keiner von ihnen klagte jemals über Augenprobleme oder Beschwerden aufgrund des ultravioletten Lichts Wenn sich also niemand beschwerte, warum wurde das UV-Licht dann in den 1970er Jahren plötzlich als giftig eingestuft Als Dr. John Ott genau das Gegenteil zeigte und es interessant war Weil er sogar darüber sprach, dass Tiere nicht fressen würden, wenn sie UV-Licht ausgesetzt würden Essen Sie wieder Denken Sie an alle Auswirkungen, die Licht auf Ihre Gesundheit haben kann Sogar Ihr Appetit Sitzen Sie jemals draußen in der Sonne und plötzlich verspüren Sie echten Hunger Wenn Sie draußen in der Sonne sitzen, werden Sie richtig hungrig Sie müssen gerne essen Wenn du etwas Barfußerdung machst, wirst du besonders hungrig, weil die elektrische Leitfähigkeit zunimmt und dein Appetit steigt Weil alle deine Zellen aufgeladen werden und sie etwas benötigen, um die Leitfähigkeit aufrecht zu erhalten Es ist also sehr faszinierend, wenn du dich darauf einlässt Er erzählte, wie all diese Tierpfleger, wenn sie Tiere hatten, diese UV-Licht aussetzten und plötzlich war das Tier wie ein völlig anderes Tier und voller Energie Jetzt wird uns immer etwas über die Infrarotheilung beigebracht Aber wir Punis, ich habe nie über die UV-Heilung gesprochen Und wenn wir an Tesla und Teslas Erfindungen denken Erinnern Sie sich, dass Tesla ein violettes Licht hatte, das UV-Strahlung aussendete Und zwar in einer Plasma-Röhre, die die wunderschönen heilenden Spektren der UV-Strahlung zeigt Nicht Infrarot, sondern jetzt UV Infrarot kann von Vorteil sein, aber UV ist noch vorteilhafter, weil es das Spektrum ist, das Ihnen immer fehlt Daher ist dieses Buch Dr. John Ott Gesundheit und Licht einfach großartig Sie können auch nach dem PDF suchen Manchmal ist es schwer zu finden, weil ich es nicht finde, ich weiß nicht Irgendwie habe ich es erwähnt und dann ist es plötzlich auf etwa 500 gestiegen Was verrückt ist, denn ich glaube, ich habe es ursprünglich für 10 Dollar oder so ähnlich gekauft Und dann gab es auch ein paar Sachen, in denen über Kommerzielles Windows gesprochen wurde, lass mich sehen, dass es noch eine andere Stelle gibt, die ich wollte Ich habe sie hier aufgeschrieben, damit ihr sie sehen und darüber reden könnt Fenster blockieren, die UV-Spektren und wie man nach UV-transparenten Spektrum-Fenstern und Glas und Kunststoff und all diesen verschiedenen Dingen suchen kann Und es ist so, als hätte jemand gesagt Was halten Sie von den violetten LEDs, die Sie jetzt auf den Straßen installiert haben? Ja, das tun Sie nicht, werden die Leute krank machen Das ist die beste Art, es zu beschreiben, diese UV-Lichter Es tut mir leid, diese lila LED-Straßenlaternen werden die Leute krank machen und sie könnten auch eine Art Fluoreszenz-Detektor enthalten Falls, sagen wir mal, jemand gibt Ihnen einen davon und Sie haben jetzt Fluoreszenz in Ihrem Körper Das violette Licht kann jetzt überprüfen, ob das Fluoreszenzmittel in Ihrer Haut ist, weil Sie vielleicht eines davon haben Also kommen diese ganzen violetten Lichter sozusagen von dort Denn denken Sie darüber nach, wann Sie es tun, wenn Sie Bücher wie Skorpione suchen, verwenden Sie normalerweise violettes UV-Licht, weil Sie fluoreszierend sind Wenn Sie also über den einzigen Grund nachdenken, warum Sie eine Straßenlaterne oder eine Glühbirne aufstellen würden, die eine violette Frequenz aussendet Wäre dies vielleicht der einzige Grund, warum Sie eine Straßenlaterne oder eine Glühbirne aufstellen würden, die eine violette Frequenz aussendet Um Fluoreszenz zu sehen, geht es Ihnen bei Skorpions nicht gut Also versuchen Sie auf jeden Fall, etwas zu finden, das von einem dieser Menschen stammen könnte Und dann gehen Sie auch noch auf Die gesamte Technologie mit 5G ein, die wir haben darüber wurde auch schon oft gesprochen Aber es ist interessant, wenn man sich mit all dem beschäftigt, denn es geht darum, wie er im Grunde all diese Studien durchgeführt und dies alles der Regierung und allen Lehrern und allen Schulen und allem gezeigt hat Menschen und alle leugneten seine gesamte Arbeit Er zeigte sogar, wie Leuchtstofflampen Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern hervorrufen Und sobald man eine Bleifolie vor die Leuchtstofflampe legt, verschwinden die Aufmerksamkeitsstörungen sofort Warum glauben Sie, dass sie Blei oder Blei verbieten? Jede Art von Bleifolie oder Bleifarbe, denn wenn man bedenkt, dass das Blei diese bestimmten Frequenzen blockieren kann Die dazu führen, dass unser Geist aus dem Gleichgewicht gerät Und Dr. John Ott hat gezeigt, dass er zum Beispiel eine Bleifolie nahm und sie vor diesem Leuchtstoff platzierte Licht und dann fingen plötzlich Kinder an, sich zu konzentrieren, die sich im Unterricht nie konzentriert hatten Wenn wir jetzt an all die Leuchtstofflampen denken, die früher in der Schule waren Dann müssen wir jetzt an all die LED-Lampen denken, die jetzt in der Schule sind Und es war interessant, denn nachdem ich das Video über die Lichter gepostet hatte Meldeten sich die Lehrer bei mir und sagten, dass sie ihre Glühbernen von Leuchtstofflampen und LEDs auf Glühlampen umstellten oder das Licht ausschalteten Und plötzlich konnten alle ihre Kinder aufpassen, wie stark das Licht war das Spektrum wirkt Sich auf das Kind und das Gehirn aus Und wie jemand gerade gesagt hat, blockiert Bleifaberadiowellen und IMF, die ja von LED-Leuchten und Leuchtstofflampen ausgehen Auf der Seite befindet sich ein kleines Kleingedrucktes mit der Aufschrift Warnung, diese Glühbirne sendet Radiofrequenzen aus Warum sollte das so sein? Sie haben eine Glühbirne, die Radiofrequenzen aussendet Es sei denn, Sie versuchen, eine Verbindung zum Internet der Dinge herzustellen Fragen, die Sie stellen müssen, aber in diesem Buch geht es im Grunde genommen um so viele Dinge Und eigentlich würde ich, wenn ich nur die Rückseite lese, es gerne vorlesen Leute, warum Sonnenbrillenkrankheiten hervorrufen können und Augenerkrankungen Nummer 1 sind Der Zusammenhang zwischen Farbfernsehstrahlung und fluoreszierendem Licht Was bei Kindern zu Müdigkeit und Aufmerksamkeitsspornen führt Wie Arthritis auf die tägliche Behandlung mit Vollspektrumbeleuchtung reagiert Warum rosafarbene Fluoreszenz Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit hervorrufen kann Wie Licht die Therapie hat Hautprobleme wie Blindheit und Kropfgehalt, einfach nur Licht So kann die richtige Beleuchtung in Innenräumen die Produktivität steigern, die Gesundheit verbessern und Glücklichere Menschen hervorbringen, wenn John Roth in seinem Buch darüber sprach, wie es war, als die Lichter der Kriminalität gelöscht wurden Ich weiß es nicht, wenn Sie sich erinnern, als Sie in den verschiedenen Städten die Kriminalitätsampeln ausschalteten Steigerten die Kriminalitätsampeln tatsächlich die Kriminalität, sie verringerten die Kriminalität nicht Die Kriminalitätsampeln, die sie überall anbrachten, sagten, sie hätten die Straßenlaternen angebracht Auch Dr. Jonah hat herausgefunden, dass die Kriminalität tatsächlich zunimmt, wenn man diese Glühbernen dort draußen anbringt, weil die Lichter die Menschen aufgeregter und wütender machen Was tatsächlich zu mehr Kriminalität in den Bereichen führt, in denen sie die Kriminalitätslichter anbringen Es ist einfach verrückt, an all diese Dinge zu denken, und es sind nicht die violetten Lichter Sondern die Lichter, die es früher in den Städten gab und die jetzt ersetzt wurden, damit die Leute in Vollspektrumlampen schauen können Das ist es, was wir in Vollspektrumlampen untersuchen wollen, Glühbernen, so dass alle Spektren von diesem Licht ausgehen Aber in diesem Buch werde ich jetzt darauf eingehen Ich werde in dieses Buch eintauchen, einen Schluck nehmen und dann werden wir uns mit diesem befassen Das ich auch zeigen möchte, weil ich es mitgebracht habe, beides, nur damit wir beide durchgehen können Und dieses hier ist noch wilder, sie sind beide absolut phänomenale Bücher Aber dieses Buch beschäftigt sich stark mit Licht und geht auf all diese Dinge ein Und da ist einfach so viel dabei und wir werden es einfach tun Ich zeige ein paar verschiedene Sachen, aber auf der Rückseite sind Sogar alle anderen John Ott Bücher zu sehen, aber dieses ist noch ausführlicher Dieses hat mehr Bilder und deshalb möchte ich das heute zeigen, damit ihr solche Sachen sehen könnt Aber hier ist ein interessantes Erstens, das sind einige Sachen, die ich hier gespeichert habe und die tatsächlich an die Abteilung des MIH geschickt wurden Das ist es, was Dr. John Ott herausgefunden hat Also werde ich euch diese eine ganz kurze, kleine Zusammenfassung dieser bescheidenen Mengen vorlesen Naher UV-Licht kann im Vergleich zu warmweißen Leuchtstofflampen tatsächlich den Tonus der Schultermuskulatur erhöhen und die Kurzzeitkraft verbessern Glühbirnen können also die Kraft erhöhen oder verringern Wenn sie also Leuchtstofflampen ausgesetzt sind, können sie schwächer werden, als wenn sie es wären Wenn man UV-Lampen ausgesetzt ist, kann man stärker werden Deshalb wird man wirklich stark, wenn man draußen in der Sonne ist Wenn man einer Menge gefälschter künstlicher Beleuchtung ausgesetzt wird, wird man schwächer Denken Sie an jedes Fitnessstudio Jedes Fitnessstudio hat jetzt künstliches Licht Sie haben nicht die Möglichkeit, etwas zu öffnen Und die wahre Beleuchtung kommt in vielen ihrer künstlichen Funkfrequenzen im Bereich von 0,1 bis 100 MHz vor Sie scheinen auch die Schulterwirbelstärken zu schwächen, radiale Frequenzen Wo kennen wir dieses eine Radio? Frequenzen sind Mobiltelefone, Smartwatches, intelligente Geräte, AirPods, Wi-Fi, Internet der Dinge, die die Schultermuskulatur schwächen, was den gesamten Körper schwächen würde Es hat sich gezeigt, dass bestimmte UV-Muskeln unseren UV-Frequenzen wie Glühlampen, das Zeitkonzept eines Zimmers, meines Bettes, leit tun können Eine ordnungsgemäße Abschirmung der HF stellt den Muskeltonus und die Muskelkraft wieder her, also geht es wieder um das Blei Denken Sie daran, wir haben darüber gesprochen, dass Blei Radialfrequenzen blockiert Kupfer blockiert auch Radiofrequenzen Messing blockiert auch Radialfrequenzen Nickel blockiert auch Radialfrequenzen Zinn und die Alufolie, das wissen Sie ja jeder sagt immer, dass Ihre Hutdose aus Alufolie tatsächlich Radialfrequenzen blockiert Wenn Sie also darüber nachdenken, stellt eine richtige HF-Abschirmung den Muskeltonus und die Kraft wieder her Wenn wir also mit übermäßigen Mengen an Radiofrequenzen bombardiert werden, werden wir schwächer Als wir es auch getan haben, die verschiedenen Farbspektren, die sich auch auf unsere Augen und ähnliches auswirken können Aber hier ist ein interessantes, weil wir im neuesten Rebans Video darüber gesprochen haben Nämlich dass die Sonnenbrillen, wie wir über neutralgraue Sonnenbrillen gesprochen haben Die nahe UV-Strahlung ausschließend diese Brille bringt mehr Blaues Spektrum mit sich und ist mit einer Abnahme des Muskeltonus und der Schulterkraft verbunden, wenn die Person sonnenähnlicher Beleuchtung ausgesetzt ist Wenn eine Person also beispielsweise eine Sonnenbrille trägt, wird der Körper allein durch das Tragen der Sonnenbrille schwächer Weil sie es ist, das Blockieren des Spektrums von UV-durchlässigen Plastik-Sonnenbrillen hingegen zeigte keinen Muskelabbau Und es gibt alle möglichen Arten von Brillen, die das UV-Spektrum durchlassen Das war also eine interessante Sache, und dann haben wir es zugelassen Wie ich sehe, gibt es hier noch eines, das ich euch zeigen wollte, und ich denke, ich hätte es einfach auf diesem Ding markieren sollen Damit ich keinen Missarbit verpassen kann Weißt du, ich glaube, ich habe es verpasst, aber lasst uns zum nächsten Übergehen eines Damit wir hingehen und euch in Bewegung halten können Denn ich fühle mich schlecht, wenn ich mich nicht bewege Also ist das wirklich cool, also haben wir viel über Pyramiden geredet Wir haben über Blitzableiter geredet, und das sind Bilder Also habe ich werde hier viele Bilder zeigen, damit ihr es sehen könnt Aber das ist wirklich faszinierend Wenn man also einen Blitzableiter nimmt und ihn so an die Brust von jemandem hält Dann ist dieser Blitzableiter jetzt auf dem Bild zu sehen in die Richtung, in die es zeigt Wird der Körper tatsächlich schwächer Okay, wenn sie jetzt einen Blitzableiter nehmen und es umgekehrt machen Ich zeige es ihnen einfach so und wenn sie ihn auf die Brust richten Wird der Körper stärker, sodass er stärker wird Das ist interessant Er zeigt auch, dass der Körper schwächer ist, wenn er versucht, seinen Arm zu heben Und dass der Körper schwächer ist, wenn er beispielsweise Kleidung aus Vinyl oder Polyester trägt Und einen Muskeltest durchführt wegen des Polyester-Kunststoffs oder des Vinyl-Kunststoffs, den er jetzt trägt Ist es auch interessant, wenn eine Person einen Bleistift hält, von dem wir wissen, dass die Bleistifte kein Blei enthalten, sondern Grafit darin Aber wenn sie ihn halten, sie werden auch etwas schwächer Das ist interessant Wir gehen auf andere ein, also gehen wir zu den nächsten über und bemerken, dass, wenn eine Person dem Licht ausgesetzt ist, auf diese Leuchtstofflampe schaut Das ist also eine weitere, das verzerrte Lichtspektrum plus hinzugefügt Die Strahlung der 120 Watt Leuchtstoffröhre erzeugt Stress, der nicht nur das Muskelsystem schwächt, sondern auch andere pathologische Probleme verursacht Dieselben Glühbernen, die in den Schulen angebracht sind HMM, warum sollten sie das tun, wenn dies in den 1970er Jahren gezeigt wurde? Warum sollte das dann ein Push sein? Und interessanterweise heißt es dann, dass gewöhnliche Brillen die UV-Strahlung blockieren Und auch einige Sonnenbrillen, einschließlich solcher, die sich verdunkeln, wenn sie im Sonnenlicht getragen werden Wir sehen immer, dass diese Brillen, wie sie wissen, ihre Farbe ändern, während Menschen sie tragen Was fast zu einem messbaren Verlust an Muskelkraft führt, als würden Dinge inszeniert, um die Gesellschaft zu schwächen Und die Dinge, die die Gesellschaft stärker gemacht haben, werden der Gesellschaft nicht erzählt Die Strahlung einer Digitaluhr liegt innerhalb der Sicherheitsnormen der Regierung, schwächt aber die Muskeln erheblich Smart Wedges Sie wissen ja, dass sie einem immer von Smart Wedges erzählen und man kann seine Schritte gut verfolgen Wenn es den Körper schwächt, dann wird es auch das Herz schwächen und es wird das Gehirn schwächen Das ist interessant Dann beschäftigen wir uns damit, wie er alle Arten von Augenkrankheiten geheilt hat, und auch Magnete Das ist interessant Überprüfen Sie dies, wenn Sie Magnete auf einer Hand anbringen, wird die Hand oder der Körper stärker Okay, wenn wir Magnete unter der Hand oder auf der Handfläche anbringen, werden die Hand und der Körper schwächer Wie halten wir unsere Telefone? Halten Sie sie in ihrer Handfläche, du hältst sie nicht so, du hältst sie in deiner Handfläche Wenn es also magnetische Kräfte gibt, die in deinen Händen stattfinden, wird der Körper schwächer Wie jemand gerade gesagt hat, eine schwache Gesellschaft ist eine leicht kontrollierbare Gesellschaft Ja, wenn du alles umkehrst, eine einzelne Sache, bei der ein Mensch oder eine Person oder ein Tier oder etwas tun und umdrehen soll Dann werden sie plötzlich anfangen, Probleme zu haben, die jemand hier aufgeschrieben hat Ich habe jahrelang ein Fitbit getragen und es hat mir geholfen, meine Arme werden taub und Zum Glück bin ich mir dessen bewusst genug, um zu erkennen, dass es das war Ja, jede dieser Smart Wedges und alles andere trägt einfach etwas Kupfer oder einfach etwas Messing oder trägt etwas Silber oder trägt ein Stück Kristall oder einen Stein Sind pizzoelektrische Heileigenschaften irgendetwas von den Smart Wedges oder diesen Fitschlampen Entschuldigen Sie, das sind diese Fit-Teile, auf die ich geschworen habe Und ich habe noch nie auf Gamma geschworen, also war das schrecklich Aber keine dieser Fitbit-Uhren, unsere Smart Wedges, nichts davon, nein, keines davon tragen, weil es keinen Sinn hat, so etwas zu tragen Und dann war ich auch in meinen Worten hängen geblieben, also hat er auch darüber gesprochen Dass Kinder, die Leuchtstofflampen ausgesetzt waren, nicht in der Lage sein würden, konzentriert zu bleiben Das ist also wieder ein Fall Und diese Kinder fingen an, mit dem Kopf auf den Tisch zu schlagen Und sie konnten sich nicht konzentrieren, bis man den Leuchtstofflampen das Blei vor die Nase hielt Und dann alle mich beschimpften, aber bis sie es taten, die Führung vor den Lichtern Und dann konnten die Kinder in dieser Situation wieder aufpassen Was ich auch sehr interessant fand, denn wissen Sie, die Leute gehen immer und fragen sich Warum können mein Sohn oder meine Tochter nicht aufpassen? Im Unterricht und es ist, als ob das Lichtspektrum vielleicht dazu führt, dass alle Leute nicht aufpassen können Du weißt, ich meine dich, wenn du anfängst, dir das anzuschauen Und da steht, dass 60 Tage nach dem Austausch der Lichter dieser Junge in die erste Reihe vorgerückt ist Und mit erhobener Hand, um die Anerkennung des Lehrers zu erhalten, meine ich, das ist bemerkenswert 60 Tage nach dem bloßen Auswechseln der Blühbirnen achten die Kinder, die nicht aufgepasst haben Jetzt darauf, weil sie nicht länger den fluoreszierenden Radialfrequenzen ausgesetzt sind Weil sie eine Blei, die Abschirmung der Lichter ist einfach bemerkenswert Und jetzt steht, dass er jetzt an der Tafel ist und an den regulären Aktivitäten im Klassenzimmer teilnimmt Schauen sie sich das an, einfach absolut erstaunlich Das ist also das Buch, damit sie, sie und Dr. John Ott und ich, die Lichtstrahlung kennenlernen können Ich lese es rückwärts, wie man gesund bleibt Und es geht nur darum, dass es ja toll ist, darüber zu lachen, wenn man über einen Fitbit nachdenkt Du weißt, es ist ein was für ein Name, den du weißt Offensichtlich wird es dich eines Tages einholen Lass mich schau mal, warte ganz schnell und dann ist da noch eins hier drin Ich wollte es dir zeigen Oh, das war auch ein gutes, weil wir immer darüber reden und wir haben schon oft darüber gesprochen Was du trägst, welche Materialien du trägst und Dr. John Ott geht auch darauf ein Überprüfen Sie, ob diese Frequenzen in zwei Kategorien unterteilt werden können Neutrale und stressneutrale Frequenzen sind solche, die keine Muskelschwäche verursachen Und Kraftfrequenzen sind solche, die im allgemeinen Naturfasern wie Baumwolle, Leinen, Seide, Hanf und Holz verursachen Haben neutrale Frequenzen, können aber durch Farbstoffe oder andere chemische Behandlungen beeinflusst werden Wenn Sie also beispielsweise etwas Natürliches am Körper haben und dann die Farbe ändern Können Sie die von ihm ausgehenden Frequenzen auf neutrale Frequenz umkehren Und es ist interessant, weil ich über die Farbe Blau und die Farbe Weiß gelesen habe Und wie beide das UV-Spektrum reflektieren und sehr, sehr heilend sind Wie zum Beispiel Leinen eine Menge weißes Farbspektrum oder weiße Frequenz ausstrahlt Um es zu heilen, es ist sehr faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt Dass synthetische Materialien unterschiedliche Stresseffekte haben, einschließlich Muskelschwäche Okay, Vinyl und Polyester scheinen den größten Festigkeitsverlust zu verursachen und Acryl am wenigsten Also verkauft man den Leuten Plastikkleidung, um die Gesellschaft zu schwächen Was ich hier verstehe, ist, dass verschiedene elektrische Geräte auch Muskelschwund in unterschiedlichem Ausmaß verursachen Da sie durch verarbeitete Lebensmittel verursacht werden Stellen Sie beim Testen eines bestimmten Artikels sicher, dass Sie keine ausgleichenden oder entgegenwirkenden Frequenzen wie eine Digitaluhr oder einen ionisierenden Rauchmelder verwenden Oh, das ist gut, das habe ich vergessen In diesem Buch spricht er auch über die Rauchmelder Sehen Sie, dass Sie genau dort die Batterie Herausnehmen, sodass sich keine Batterie darin befindet Weil der Rauchmelder die ganze Zeit über die ionisierende Strahlung des Ionisators aussendet Selbst wenn dieses kleine Ding hier nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie einfach die Batterie heraus Damit es keine Batterie enthält, weil es ständig eine Pingfrequenz aussendet Es ist ganz oben Es ist schwer zu erreichen Man würde nie darüber nachdenken Wenn es ganz an der Decke hängt Aber wenn Sie Rauchmelder haben, nehmen Sie die Batterie Heraus, wenn Ihre Wohnung brennt Wissen Sie natürlich, dass es dort brennt Wenn jemand in Flammen steht Sieht man den Rauch oder was auch immer es sein mag Also stelle ich das einfach da raus Du weißt schon Es ist nur ein Gesundheitstipp Über den in diesem Buch gesprochen wird Du musst dir den nicht anhören Aber er hat darüber gesprochen Wie viele Menschen durch den Rauchmelder gestört werden Weil er immer neben dem Bett angebracht ist Und wenn Sie an Komplexe oder Wohnungen, Reihenhäuser, Eigentumswohnungen und all diese Dinge denken Wo befindet sich dieses Ding immer im Schlafzimmer und normalerweise ist es 1,5 Meter entfernt? In Ihrem Bett Und wenn dieser die ganze Zeit radiale Frequenzen aussendet Dann stört er Ihren Schlaf und Ihre Gesundheit Und darüber spricht er in diesem Buch Also gibt es so viel Und ich könnte ehrlich gesagt mehrere Videos über dieses Thema sprechen Und wir können uns auf alles andere einlassen Aber es ist einfach sehr faszinierend Wenn man sich mit dem UV-Spektrum befasst Und sich mit all diesen Themen beschäftigt Man fängt einfach an Die Dinge anders zu sehen Man sieht einfach Man fängt an Anders über die Dinge zu denken Und das ist das Der Sinn all dieser Gespräche besteht darin Etwas aus einem anderen Blickwinkel zu sehen Denn die Tatsache, dass bestimmte Dinge, die uns erzählt oder verkauft wurden Einfach durch Gehirnwäsche in unseren Geist eingeprägt wurden Ähnlich der UV-Frequenz ist giftig und schädlich Okay, die UV-Frequenz und giftig ist schädlich Wurde finanziert Es wurden Studien finanziert, die uns sagen, dass die Sonne gefährlich ist Ganz im Gegenteil Die gesündesten Menschen sind dem meisten Sonnenschein ausgesetzt Die meisten Menschen, die draußen sind wissen sie Mit der größten Energie, die sie jemals gesehen haben Ist jemand, der viel im Garten arbeitet In der Natur unterwegs ist Viel Zeit mit Graben verbringt All diese Dinge tut und so gesund wie möglich ist Sie wissen, dass es die Menschen sind Die gesund sind Zum Beispiel in den eigenen vier Wänden aufzustellen Und nicht nach draußen zu gehen Das ist normalerweise am ungesündesten Daher macht es wenig Sinn Sich nicht der Sonne auszusetzen Wenn man Leute sieht, die da draußen sind Und im Garten arbeiten und alles mögliche tun Diese Dinge sind so gesund, wie es nur sein kann Sie wissen, dass es so lange ist Bis die Person in ein Heim oder vielleicht ein Pflegeheim gebracht wird Wo sie nicht mehr der Sonne ausgesetzt ist Sie geht nicht nach draußen Es geht ihnen nicht mehr gut Sie werden einfach abgeschottet und mit all dem bombardiert Wie ich schon sagte Mit vielleicht künstlichen Lichtern oder mit den Rauchmeldern Was eine andere Sache ist Und das ist die Sache Ein einfacher Muskeltester ist eine tolle Möglichkeit Das zu sehen, wenn etwas für Sie Funktionieren wird und es ganz einfach ist Alles, was Sie kaufen Alles, was Sie Alles, was Sie suchen Irgendetwas Irgendetwas, was Sie tun Ist, dass Sie nur Ihre Hand nehmen Einen einfachen Muskeltest durchführen Und fragen, ob das so ist Der Becher wird für mich großartig zum Trinken sein Und Sie würden einen einfachen Muskeltest durchführen Wenn Widerstand vorhanden ist Bedeutet das, dass der Becher gut ist Und das wurde alles mit einfachen Muskeltests gezeigt Es ist nur Ihr Körper Der zeigt, was für Sie falsch und was richtig ist Und Sie können dies mit der Nahrung tun Sie können dies mit Nahrungsergänzungsmitteln tun Sie können dies mit Wasser tun Wissen Sie, ob ich diese Tasse trinken sollte Sie wissen, dass Sie das Universum Fragen Sie die Erde Ob es hier Wasser gibt Und plötzlich würden die Stäbe so aussehen Weil das Wasser genau dort war Oder gibt es hier Gold Und Sie würden Gold finden Gibt es Öl Was auch immer Sie finden wollen Die Möglichkeiten sind endlos Und die Sache ist Wir müssen uns darauf einlassen Und Fragen zudem stellen Was uns gesagt wurde Und zu den Erzählungen In denen wir verkauft wurden Denn das ist Das andere, wenn ich mit all diesen Dingen Angefangen habe Dachte ich mir Wow, das macht alles Sinn Ich habe noch nie eine Sonnenbrille getragen Ich war noch nie ein Fan von Sonnenbrillen Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt Es hat mich einfach nie wirklich angesprochen Und warum hat es bei mir nicht Anklang gefunden Weil es sich nicht natürlich anfühlte Es ist genau wie wenn man eine trägt Wenn du ein bestimmtes Kleidungsstück trägst Fühlt es sich plötzlich ganz natürlich an Als würde man in Leinenlappen schlafen Oder vielleicht ein bisschen Kaschmir Ein bisschen Wolle Etwas Hanf Oder all diese schönen Dinge tragen Du kennst dich Und dir wird langsam klar Dass bestimmte Dinge eine Wirkung haben Bei einer Frequenz Die sehr kraftvoll und erhebend Für den Körper ist Gibt es andere Arten von Dingen Bei denen das nicht der Fall ist Und als ich in der Fitnesswelt tätig war Wurde viel Plastikkleidung Und viel Polyester verwendet Aus dem viele Trainingskleidung hergestellt wurde Polyester und Polyurethane und Kunststoffe Und es macht nicht viel Sinn Dass du schwitzt Du wirst entgiften Und es wird gegen Den Körper wirken Und wenn du das im Laufe der Zeit bemerkt hast War ich in Fitnessstudios Und in Fitnessstudios Die Welt der Fitnessstudios Hat sich seit langem langsam verändert Und die Leute können durch ihre Kleidung Ihre Stärke zeigen Aber es ist einfach verrückt Jemand hat gerade gesagt Meine Augen seien so empfindlich Dass ich manchmal eine Sonnenbrille brauche Das ist so Als hätten wir über sie gesprochen Ich muss nur anfangen Ein paar Augenübungen zu machen Und sie können einige Augenübungen machen Die sehr wohltuend sein werden Sie können auch ein wenig Perlenpuder haben Was sehr wohltuend ist Sie können Rezinosöl um die Augen auftragen Was wohltuend ist Wissen Sie Und das andere nehmen wir an Die Sonne ist etwas stärker Setzen Sie einfach einen Hut auf Wenn Sie möchten Und setzen Sie einen kleinen Schirm auf Sie erinnern sich an die kleinen Schirme Die jeder trug Wenn er Tennis spielte Setzen Sie einen kleinen Schirm so ein Das ist etwas Einfaches Stellen Sie sicher Dass es so ist Stellen Sie jedoch sicher Dass es aus einem natürlichen Material besteht Vielleicht aus Bio-Baumwolle Leinen oder Hanf Oder etwas in der Art Denn wir wollen kein Plastik um den Rand des Haaransatzes herum anbringen Da es sich dann auf den Haaransatz auswirkt Wie wir über das Plastik gesprochen haben Setzt sich auf der Kopfhaut ab Und kann zu Haarausfall führen Deshalb möchten wir sicherstellen Dass alles, was auf die Kopfhaut gelangt Natürlich ist Also wünsche ich euch allen einen tollen Tag Danke